So, wieder weiter geht's heute mit dem Rennen. Oder mit weiteren Rennen. Guck mal, gerade ob ich ein bisschen was hab. Hoffen. Jordans Crew. Dann nehmen wir das mit. Äh. So, kommen wir raus auf die Straße. Weil die gute Jordan... Super. Super. So, neue Wände sind verfügbar. Als erstes fahren wir natürlich erstmal unser Rennen gegen Jordans Crew. Das war das Thema dann nur mal noch abgeschlossen. Äh, mal abgeschlossen haben wir den ganzen Crews. Da gibt's auch wieder ein guter P. Denkst du für schon... Bringt uns... Müssen wir heute tausend sein. Na gut. Gehen wir mal rein ins Rennen. Okay, duelle kann jeder. Machen wir es doch interessanter. Drei gegen ein? Echt fair. Ihr könnt's auch sein lassen. Bin mir sicher, die League wird das bestimmt verstehen. Du hast schon zwei besiegt. Du schaffst auch drei. Ja, den kriegen wir hin. Ich knack mal eben kurz die Crew hier von der guten Jordan. Und zwar, oh, Oscar, Mario und Jordan. Also auch gut, alle durch. Ja, auch ihr. Würde ich sagen. Los, bleib dran! Na dann. Einen guten Jordan haben wir noch nicht gehabt. Aber die anderen beiden Heinigs haben wir schon gehabt. Also uns haben wir eben gerade schon kassiert. Oh, bis heute in der letzten Folge. Und, äh, ja. Das hatte ich auch fast erwartet, aber... So klingt es, wenn ich einen Gesetzesbrecher verfolge. Aktive Verfolgung gemeldet. Ich will, dass die Zielperson aus dem Verkehr gezogen wird. Oh, gut gemacht. Ah, tschuldigung. Ihr legt euch mit der falschen Crew an. Na gut, starten wir uns bis jetzt. Tschüss, Cops. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass jetzt... Das nenne ich ein Sieg in Osten. Gut, dann haben wir uns das erledigt. Ich guck gerade mal, wie hier unten noch ein Rennen... Äh, ich hätte gerade gerne noch ein Minion... Hm. Na super. Jedenfalls haben wir uns das geschafft. Alles, was zählt, ist der Platz in der League. Und wir sind weiter im Rennen. Ja, noch Hunger? Ich hab Hunger. Lass uns was essen. Oh, wir haben es geschafft. Ich dachte, wir können hier so ein bisschen zurückfahren. Aber wir haben es schon geschafft. Wir haben die drei... Heis mal eben kurz geplättet. So ziemlich miteinander weg. Jo, jo, jo. Sieh mal, wer da ist. Scheiße. Sollen wir abhauen? Auf keinen Fall. Hm. Ist das Mercer? Sieht so aus, ne? Scheiße. Der kann doch nicht raus. Da kommt Besuch. Ich hasse es zu warten. Und ich dir beim Essen zuzusehen. Was zum Teufel? Das kommt nur von den Erpressungen? Das fühlt sich an jetzt ohne Scheiß. Wie Weihnachten. Oh. Und ich hab vielleicht den Preis erhöht. Hey, übertreib es bitte nicht. Sonst fliegt uns alles um die Ohren. Der Boss sagt, ich soll Druck machen. Deshalb mach ich das auch. Er vertraut mir. Gut, wie es aussieht. Seid ihr beide komplette Vollidioten. Hm. Pass besser auf dich auf, Torres. Ich und der Boss kennen uns schon länger, als es dich gibt. Glaubst du wirklich, er ist dein Freund? Das ist irgendwie traurig. Hm. Sei bitte vorsichtig. Zwei Räder sind ein Scheiß gegen vier. Hm. Bye. Ja, hier ist er. Hm. Okay. Das heißt, ich muss abbauen. Das ist immer noch unfassbar. Mit wie viel geht er offenbar durch die Gegend fährt. Wenn man eine Marke hat, kann einen Niemann aufhalten. Okay, dann versuchen wir mal, uns so schnell wie möglich in der Garage zu verpisten. Und dann wollen wir Feierabend. Habe ich irgendwie noch eine? Och, da vorne ist meine Kuttertag. Da ist ein bisschen was näher. So, nehmen wir die mit. Und dann ist gut. Die Nacht ist beendet. Die Kuh, den nehmen wir mit. Und auch die Repertationspunkte nehmen wir gerne mit. So, gut. Jordans Kuh abgeschlossen. Guck mal. So. gucken wir mal gerade aber noch was finden 2,7 kilo tank was haben wir hier? 6 gang, nehmen wir mal 8 gang, komm kommen wir rein, gehen wir mal mit dem Bausch auf 260 hoch so nehmen wir erstmal die Schadensreduktion rein ja, und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und ja, mal gucken